hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren part von stardew valley es freut mich dass ihr wieder eingeschaltet habt in diesem part werden wir uns mal ein bisschen darum kümmern die farm auf vordermann zu bringen hoffe ich ja doch ich habe mir jetzt nämlich nichts dabei gedacht was wir jetzt machen könnten weil wir haben jetzt im grunde die quest absolviert mit wo es regnet ich muss mal was ablegen das da das da und das da wobei das könnte eigentlich verkaufen geode geodude so das kann verkauft werden wir uns jetzt gleich mal was angucken und zwar will ich gerne mal wissen was denn so jetzt verändert wurde nachdem wir erfolgreich die schleim gekillt haben so fortschritt nein das war's nicht aufnahme du hast erfolgreich zehn steine besiegt jetzt kannst du der abenteuergild beitreten dritter abenteuergild dabei habe ich gemacht sondern was ist es nun passiert aufnahme dritter abenteuergild dabei ja und wie mache ich das haben wir irgendwo eine die abenteuergild die ist da rechts von 14 bis 22 uhr excellent aber irgendwas wurde hier noch geändert ich habe aber gesagt kein blassen schimmer was hier anders werden sollte habe ich noch kohle zufälligerweise jawoll ich mag eigentlich kann ich gerade das mit dem erz weiter machen das ist doch nicht ganz gut ich muss noch ein bisschen warten bis die zeit so weit rum ist ja gut gut damit hätte ich alles am kupfer jetzt weg glaube ich zumindest naja gut dann kann ich sowieso nichts mehr anfangen ich glaube diesen brauche ich nichts mehr weil bei stacks ist es so dass man leider gottes alles noch dies muss obwohl es regnet aber das haben uns hiermit dann doch gespart das finde ich sehr gut jede menge steine die vogelscheuche das war's für die vogelscheuche brauche ich 50 holz eine kohle und 20 fasern das dürfte glaube ich sogar drin sein aber haben wir 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 nicht 20 faser ups es fehlt mir ausgerichtet jetzt noch eine faser ok haben wir und die vogelscheuche oder erfolgreich gebaut sollte erst mal reichen gott das werden wir noch gerade mal die nette kupfer bahn holen so mal was gucken wir haben wir haben hofarbeit 1 wienarbeit 1 sammeln 1 es fehlt noch fischen und kampf herstellungen was haben wir hier wilde saad ok müßliriegel dafür bräuch ich eichel ahornsamen und kieferzapfen aus wilde saad bekomme ich wilde mehr will es mehr rettich narzisse lauch und löwenzahn ok ich bin bis auf keine kreie getroffen es geht noch mit mir ok 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 gut ich gehe mal an die stadt gucken was wir ein paar saaten kaufen dass wir die auch ein plan können passt nicht zu dem wetter mein spaß zu diesem markt gut heute hätte nichts aus ok gott wenn ich will hat schon hat mal der nette mann hat uns ja gebeten mal nachgucken sprechen wir mal mit ihm als ist mein enkel habe ich nicht hier schon erzählt nein hatten sie nicht sieht nach einem guten tag so bald bald spielen aus oder ich würde dich ja dann darum bitten den ball zu werfen nur aber du siehst nicht sonderlich sportlich aus ok ich habe einfach aus der ferne zu ich will mit ihr ball spielen modus wirklich ich habe dich unterschätzt man aber schmerzt ein wenig auf der nächste mal wissen du für eine pussy erst mich fertig machen wollen und dann schwanz dreifen war etwas nur verletzt ja schlimm so was so wird ja wird markt denn ja jama high boys and girls bohnen setzt fliegen und passt die narkensaat pflanzt pflanze sie im frühling wächst in vier tagen heran würde ich sagen kaufen wir mal vier von pflanze ihn im frühling wächst in zehn tagen pflanze sie im frühling braucht zwölf tage um einen großen blumenkohl zu produzieren kartoffelsaat wächst in sechs tagen tulpenzwiebel wächst in sechs tagen tulpenzwiebel ist tatsächlich mal eine gute idee gerade speziell für epigale ich weiß nämlich nicht auf was sie steht ok habe ich mir bei dem hier willkommen ja ja mag ich vergebe ab sofort mitgliedschaften und noch etwas bürgermeister luis hat uns versprochen sollte noch irgendjemand beitreten würde er zustimmen dass wir dieses alte gemeinschaftszentrum in eine jahre lagerhalle umfunktionieren ist das nicht wundervoll es kostet mich aber 5.000 gold und das haben wir leider nicht würde ich gerne machen aber das können wir erst machen wenn ein bisschen mehr geld haben dass wir mal wieder von mir fortschritt fertig tiere aufziehen das würde ich gerne machen als welche aber wahrscheinlich nicht mehr in diesem part schaffen die können aber gerade sowieso wenn man auf dem rückweg sind oder im kurzen halt machen bei der netten tierfarbe noch fragen wir einfach mal wie viel was kostet da kommt nicht entlang dann pflanzen nämlich die vier oder acht saaten allein und hoffen ein bisschen glück dass da was gutes rauskommt eine muhkuh typisch habe es nun brauchst ein paar dinge hallo epigale tierbedarf äh epigale tiere kaufen erfordert der bauer eines hühnerstalls aber tierbedarf ich brauche einen hühnerstall und den kriege ich wie die sind es also ja gut und die brauchen in der stadt kann man vielleicht mal ein erklärt ok noch irgendwie mit dem ich quatschen kann nö doch nicht ein ladi du siehst ganz durch nest aus du armes ding ja wie baue ich einen hühner stall tiere kaufen erfordert bauern des hühner stalls ja aber wie baue ich das denn mein gott das ist doch das problem echt gut jetzt gehen wir gerade zu farben das pflanzen das mal ein und machen uns dann direkt wieder auf dem weg zur abenteuer gilde werden dann denke ich mal mitglied einer netten gilde sein wie wir dann irgendwie ein stall bauen das weiß ich noch nicht ich kämpfe spiel noch nicht so pralle aus aber das werden in erfahrung bringen so haben wir noch frühling gut da noch was die nacken hier noch hin da noch hin und damit noch einsatz über das tue ich dann hier rein damit kann ich gerade nichts anfangen und wie ich schon sagte die mann uns gibt es auf dem weg richtung abenteuer gilde regner richter tag ich meine redner richter tag ist in harvest brun immer gerne gesehen gewesen weil man dadurch weniger bewässern musste vor allem wenn man ziemlich viel hat dann ist ziemlich hilfreich ich gehe aber davon aus dass hier in stardew valley bestimmt irgendwelches equipment bebaubar ist was dann ein bisschen mehr bewässert da bin ich mal gespannt abenteuer gilde ist die gilde für dich und mich ich glaube ich glaube falsch verdammt nicht gut aber macht nichts wir haben noch 20 minuten zeit bis wir frühstens rein können zehn minuten die paar sekunden große grabe pizza ist die pizza für dich und mich ich war jetzt falsches thema passt gar nicht rein aber egal gut abenteuer gilde wo sind sie hallo 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 hochbuch aktualisiert komm wieder wenn du mir was zu zeigen das kind ziele für die monster ja ich hilf uns das tal sicher zu machen 18 von 1000 schleim holt ihr deine belohung bei gill ab alter was muss ich schon alles abschlachten das ist ja brutal die frage ist bin ich es in der gilde oder war ich tatsächlich nicht dazu naja mal gucken was er zum bieten hat schuhe erhöhen die verteidigung eine holzklinge für ein geschnittenes stück holz nicht schlecht drei bis sieben schaden was macht er denn okay weg damit kaufen die holzklinge sneaker erhöhen die verteidigung nicht sehr robust aber sehen ganz gut aus amethyst ring erhöht zurückstoßen um zehn prozent topas ring erhöht waffengenauigkeit um zehn prozent allerdings kann ich mir das nicht leisten weil das ein bisschen teuer ist aber gut ich habe schon holzschwert nicht schlecht ist lauter informationen hier muss ich 1000 schleime killen 125 höhlen insekten und vor dem anderen staff auch noch en masse die ich weiß was das ist rechts super kaputte brücke ich frage mich ob die waffen abstumpfen aber ich habe doch etwas mit tief an die gill daran oder tief tief an die mine ja bis ebene 40 ich bin happy 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 oh und da geht es weiter weiter geht's oh da haben wir glaube ich das funktioniert wohl nicht klatsch kirschkrabbe ok warum auch nicht ich weiß es ist verdämmig gewesen ich weiß es ist einfach nichts ab was nichts fallen ist das war die linke nummer check your ass das war die linke nummer Hey. Nicht verstecken, mein Freund. Ahem. Ähm, hat das irgendwas zu sagen, dass da... Uh, Steine. Im Kreis hier laufen. Für mich gemobbt. Hä? Muss ich irgendwo weitergehen? Hallo? Wollte ich schon sagen. Oh je. Hüpp. Schön Matsch. Hey. Vielen Dank. Die Firma hat so danken. Ups, ich schlag die falsche Richtung, aber okay. Hm. Hey, wupp. Äh, okay. Oh, da war so schnell der nächste Ausgang. Wollten sie. Uh, was haben wir denn hier? Äh, scheiße. Topaz, nice. Wir sind glücklicher Besitzer eines Topazes. So, hier sieht man mit normalen Stein aus. Jo, normaler Stein. Darf ich mich an. Ciao, Bella. Wo noch ein Schleim? Schleim ist ein bisschen aggressiv. Die Schwästen im Glied sind recht aggro. Hm. Okay, weiter geht's jetzt hier nicht. Oh, ich habe eine Tore gefunden. Lederschuhe. Nice. Ich will die Schuhe anziehen. Das Leder ist sehr geschmeidig. Uh, ich nehme nur die Schuhe an. Tatsächlich, nice. Uh, ich schick aus. Wirklich? Aha, was haben wir hier? Was haben wir hier? Aua. Jesus. What the fish? Okay, ich gehe da raus. Äh, das passt aber auch, wenn ich es wieder rausgehe. While. Wir uns so langsam in den Part Ende neigen. Äh, ich werde noch ein paar Sachen verkaufen. Beziehungsweise in die Schickkultur schmeißen. Und, äh, werde mich dann hinlegen. Und das ist dann so im Grunde auch der Part Ende. Ah, mal gucken. Wir sind jetzt erfolgreich auf jeden Fall in die, ähm, Gilde eingetreten. Wir müssen uns ein paar, ein paar Monster killen. Wir haben auch gerade richtig schöne Lederstiefel bekommen. Lederschuhe. Noch ein paar anderes Equipment hier. Wie eine Krabbe oder eine Kirschbombe. Was auch immer sie bringen soll. Löst eine kleine Explosion aus. Abstand halten. Ja, okay. Leg ich erstmal sich das Talbar in die Truhe. Vielleicht ich jetzt noch nicht geworfen kann. Äh, jetzt muss ich aber jetzt mal Wege machen, dass ich nicht hier einschlafe und Kau bin. Wir wollen ja nicht, dass wieder so ein Manöver passiert über den ersten Mal. Ähm, ne? Wo man noch sagen muss, dass ich in dem Moment aber auch ziemlich erschöpft war, da die Energieleise recht unten war. Ja. Äh. Scheiße. Gelaufen. Aber gut. Go speedy. Go speedy. Go. Go. Go speedy. Es wird spät. Ja, ich weiß. Da guck mal, wir sind schon da. Das rein, das rein, das rein. Top was, weil ich erstmal. Kann mich dann noch brauchen. Und ich geh jetzt ab ins Bett. Schöne, warme, gemütliche Bett. Scheiß drauf. Wir werden nicht duschen gehen. Wir werden sofort pennen gehen. Und damit würde ich sagen... Uh, wir haben Level Up. Kampfstufe 1, 5 LP dazu bekommen. Neues Herstellungsrezept. Einen robusten Ring. Und damit, liebe Freunde, werde ich mich jetzt verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part von Stardew Valley. Bis demnächst. Ciao.